Obwohl Orcas an der Spitze der Nahrungskette stehen, können auch sie in lebensbedrohliche Situationen geraten. Selbst die klügsten unter ihnen sehen sich gelegentlich gewissen Gefahren ausgesetzt. So auch ein Orca-Weibchen, das am felsigen Ufer der Hardley Bay in Kanada strandete. Ein Team von Rettungskräften war bereit, schnell zu handeln. Aber konnten sie ihr rechtzeitig helfen? Finde es heraus! Gestrandeter Orca Die meisten Leute halten den Hai für die größte und gefährlichste Kreatur des Meeres. Dabei sind es die Orcas. Sie haben zwar weniger große und scharfe Zähne, aber trotzdem können sie einen Hai mit Leichtigkeit verschlingen. Der Orca wird auch Killerwal genannt. Eigentlich ist er jedoch eine Delfinart. Und zwar mit einer Größe von 5 bis 9 Metern die größte Delfinart der Welt. Der größte Orca war fast 10 Meter lang und ganze 11 Tonnen schwer. Viele Menschen kennen Orcas als die süßen Tiere aus SeaWorld oder dem Film Free Willy. In Wirklichkeit sind es die tödlichsten Raubtiere des Meeres. Daher die Bezeichnung Killerwal. Das Wort Orca stammt vom römischen Namen für den Gott der Unterwelt Orcus. Aber obwohl diese riesigen Tiere die ultimativen Raubtiere des Ozeans sind, können auch sie äußerst verletzlich sein. Dies wurde an einem Nachmittag vor der Küste von Hartley Bay in British Columbia, Kanada, besonders deutlich. Einige Forscher waren Segling, als sie auf etwas Schreckliches stießen. Ein Orca-Weibchen war auf einem Felsen gestrandet. Wie sie es geschafft hatte, stecken zu bleiben, war ihnen schleierhaft. Aber eines war klar. Ohne Hilfe würde sie nicht überleben. Sie mussten sich beeilen. Schnell riefen die Forscher zwei Experten einer lokalen, gemeinnützigen Forschungsstation an. Die beiden Männer, Herman Meuter und Marvin Robinson, bereiteten sich sofort auf ihren Einsatz vor. Vor Ort begann das Team zunächst die Pumpen aufzustellen, mit denen sie den Orca vor dem Ersticken bewahren wollten. Marvin war der erste, der auf die Felsspitze kletterte. Er musste herausfinden, wie er sich dem Orca am besten nähern konnte. Aber es gab ein Problem. Das arme Tier saß an einer engen Stelle fest, die für die Werkzeuge, mit denen sie sich schnell und effizient retten konnten, unzugänglich war. Herman war Marvin dicht auf den Fersen. Er hatte einen großen Plastikbehälter dabei, mit dem er das Tier mit Wasser übergießen wollte. Dabei musste er aufpassen, dass er nicht ausrutschte und sich verletzte. Als weitere Retter das Tier umgaben und mit nassen Decken zudeckten, um eine Dehydrierung zu verhindern, geschah etwas Erstaunliches. Der kleine Orca heulte laut und bald begannen andere Orcas das Gebiet zu umkreisen. Sie weigerten sich, von ihrer Seite zu weichen. Das ist nicht verwunderlich, denn Orcas sind sehr soziale Tiere. Die Weibchen leben immer in einer festen Gruppe. Sie sind alle miteinander verwandt und folgen gehorsam dem ältesten Tier in der Gruppe. Manche Gruppen bestehen nur aus drei Familienmitgliedern. Andere jedoch bestehen aus mehr als 100 Müttern, Tanten, Großmüttern und Töchtern. Das Orca-Baby wurde nicht von seiner Familie im Stich gelassen. Wie war der Orca nur in diese missliche Lage geraten? Das Team nahm an, dass ihre Gruppe wahrscheinlich auf der Jagd nach Robben war, bis die Flut zurückging und dieser kleine Orca stecken blieb. Für die Robben war es also ein Glücksfall. Trotz der Schreie schien sich das Orca-Baby überraschenderweise zu beruhigen, als das Rettungsteam Decken und Planen über es legten. Wahrscheinlich war es extrem schwach und müde, wusste aber genau, dass man ihm helfen wollte. Mit Hilfe der mitgebrachten Schläuche und Pumpensysteme begann die Crew, den Orca mit Wasser zu besprühen. Die Flut kam erst in acht Stunden zurück. So lange mussten sie das Jungtier so nass wie möglich halten. Sein Leben lag nun in ihren Händen. Die Crew begrenzte die Anzahl der Teammitglieder, die tatsächlich auf die Felsen kletterten, um den Orca nicht zu beunruhigen und um das eigene Risiko zu reduzieren. Obwohl das Team über eine Wasserpumpe verfügte, die einen stetigen Wasserstrom lieferte, war dies nicht genug. Da Orcas im Wasser leben, musste der Orca auch stetig aus Eimern überschüttet werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Orca bereits seit mehreren Stunden über Wasser und das Team arbeitete hart daran, ihn am Leben zu erhalten. Sie warteten inständig auf die nächste Flut. Das Orca-Baby war nun in viel besserer Verfassung als zuvor, aber die Rettungsmission war noch lange nicht beendet. Das arme Tier rief immer wieder nach seinen Artgenossen, die es die ganze Zeit über umkreisten. Schwertwale haben vielleicht die komplexeste Sprache, die im Tierreich zu finden ist. Sie kommunizieren, indem sie pfeifen, piepsen und tiefe Töne von sich geben. Jede Gruppe hat ihren eigenen Ruf, den die Mütter ihren Töchtern beibringen. Auch die Körpersprache spielt eine wichtige Rolle. Sie schlagen oft mit den Flossen und berühren sich gegenseitig. Diese Art von Körpersprache war momentan jedoch nicht möglich und weinen war alles, was das Orca-Baby tun konnte. Die Retter machten sich Sorgen, ob der Orca vielleicht zu lange außerhalb seines natürlichen Lebensraums war. Vielleicht war er sogar verletzt. Glücklicherweise begann sich das Blatt endlich zu wenden. Bald stieg der Wasserstand so weit an, dass das Team Ausrüstung und Decken entfernen konnte. Sie achteten darauf, so wenig wie möglich mit ihr zu interagieren. Sie war schließlich ein wildes Tier. Nach Stunden der verzweifelten Lebenserhaltung hofften sie nun, dass die Flut so hoch steigen würde, dass sich das Tier aus eigener Kraft befreien konnte. Das Wasser stieg schließlich so weit an, dass der Orca selbstständig atmen konnte. Sie war von der ganzen Tortur erschöpft, schaffte es aber glücklicherweise zu ihrer Gruppe zurückzukehren. Ende gut, alles gut. Unnötig zu erwähnen, dass Orcas erhabene Geschöpfe sind. Doch selbst sie brauchen ein wenig Hilfe, wenn sie sich in einer brenzligen Situation befinden. Sie sind vielleicht die gefährlichsten Raubtiere der Meere. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass ein wilder Orca einen Menschen angegriffen hat. Nur in Gefangenschaft lebende Orcas sind meist etwas unfreundlicher. Einige haben sogar mehrere Betreuer schwer verwundet und getötet. Forscher sagen, das läge vor allem am Stress, den Orcas in Gefangenschaft erleben. In Parks wie SeaWorld sind Orca-Shows eine Sensation. Natürlich müssen die Tiere dafür in Gefangenschaft gehalten werden. Die meisten dieser Orcas werden nicht im Meer gefangen, sondern schon in Gefangenschaft geboren. Daher ist es nicht mehr üblich und sogar verboten, wilde Orcas zu fangen. Zum Glück. Aber auch die Orcas, die in Wasserparks geboren werden, leiden sehr darunter. Glücklicherweise wird die Zucht von Orcas immer seltener. Auch SeaWorld kündigte 2016 an, keine Orcas mehr zu züchten und die Shows langsam auslaufen zu lassen. Dies war unter anderem dem weltberühmten Dokumentarfilm Blackfish zu verdanken. Der Film zeigt das grausame Leben der Orcas in Wasserparks. Der Hauptprotagonist, der Orca Tilikum, starb vor einigen Jahren im Alter von 35 Jahren in SeaWorld. Das Tier erlangte weltweite Bekanntheit, nachdem es im Sommer 2010 die Orca-Trainerin Dawn Branchu tötete. Allein seit Anfang 2017 sind vier weitere Orcas in SeaWorld Parks gestorben. Auffallend ist, dass all diese Tiere in sehr jungem Alter starben. Ein anderer berühmter Orca namens Kyla wurde zum Beispiel nur 30 Jahre alt. Entgegen den Behauptungen von Parks wie SeaWorld, dass Orcas nicht älter als 40 Jahre werden, wurden in freier Wildbahn schon Orcas von 60 Jahren und älter beobachtet. Laut Experten war der älteste Orca der Welt über 100 Jahre alt. Ihr Spitzname war Oma. Das verkürzte Alter ist ein deutlicher Hinweis auf den schlechten Gesundheitszustand der Tiere in Gefangenschaft. Ein 30-jähriger Orca ist in der Blüte seines Lebens, sagte Naomi Rose, Meeresbiologin am Animal Welfare Institute in Washington. Orcas werden durchschnittlich 50 Jahre alt, aber in freier Wildbahn können sie deutlich älter werden. Natürlich geht es vielen anderen Tieren ähnlich. Denk an Belugas, Delfine, Seelöwen, Walrosse und Pinguine. All diese in Gefangenschaft lebenden Tiere werden nie frei im Meer schwimmen können, wo sie hingehören. Kyla war der 42. Orca, der bei SeaWorld starb. Sie wurde als Teil von SeaWorlds Zuchtprogramm in Gefangenschaft geboren. Ein Programm, gegen welches zahllose Tierrechtsgruppen seit Jahren ankämpfen. Sie wurde 1988 im SeaWorld San Antonio in Texas geboren. Als sie noch keine drei Jahre alt war, wurde sie ihrer Mutter weggenommen und in einen anderen Park gebracht. Später wurde sie zurück zu SeaWorld San Antonio gebracht, wo sie ein Kalb zur Welt brachte. 2006 wurde Kyla zum letzten Mal umgesiedelt, nach SeaWorld Orlando in Florida. Ihr Kleiner wurde in dem Park in San Antonio zurückgelassen und starb dort im Alter von nur zwei Jahren. Wie bei vielen verstorbenen Orcas ist auch bei Kyla die genaue Todesursache noch unbekannt. Sicherlich ist der Tod dieser Orcas jedoch das Ergebnis eines elenden Lebens in Gefangenschaft. Zum Glück wird den Tieren in freier Wildbahn wie dem gestrandeten Orca-Baby ein wenig besser geholfen. Denkst du, dass es illegal sein sollte, Orcas in Gefangenschaft zu halten? Warum oder warum nicht? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich freuen, dich morgen beim nächsten Video wiederzusehen.